hallo leute herzlich willkommen zu einer neuen folge part 2 weltreise sind hier gestern angekommen haben pause gemacht so richtig wir machen nach hier gemacht wie gestern gestanden habe ist sorry für das mikrofon wenn es schläft ja 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 Gestern hatten wir da aufgehört, das Video ist schon online, das verlinke ich immer, oder ich verlinke ich die Playlist, da könnt ihr die ganze Folge anschauen, wie es weitergeht, oder was. Also mit YouTube würde ich nicht aufhören, das stehe ich schon mal fest, wenn das dann hier, ob ich es damit aufhören würde, oder nicht. Nein. Na toll, Leute. Nee, 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 ich mag es nicht. Naja, Alter. Das ist halt nichts Neues, könnt ihr da mal kurz zugucken. So, das war kurz meine Mutti, muss ich mal kurz aufantworten. Ja, wir sind schnell unterwegs, Leute. Wir müssen ja unsere Zeit einholen, drauf 18 Uhr. Oder wenigstens auf 17 Uhr. Ich hab's einfach riskiert. Ja, gut, Leute. Ja, gut, Leute. Nichts. Nichts. Da war ich gerade ungekrippt gewesen. Da war ich manchmal zu lang zu machen. Wenn man nach rechts abblickt, dann ist es gut, dann können wir ein Klick noch drauf geben. Und, oder der Verkader. Warte, ich brauch meine Maus. Sonst geht's nicht. Sonst geht's nicht. Ich hab's nicht gut geklappt. Ich hab's nicht sehr gelungen. Ich hab's nicht nur ein Klick noch. Und michięcy. Ich hab' anderen, wenn ich dann die OK soll. Aber ich hab' bei mir geklappt. irgendwann. Mein YouTube-Kanal habe ich ja schon seit drei, zwei Jahren, glaube ich. Ja, erst, warte. Ich glaube, fünften, ersten oder zehnten ersten. Wenn ich bis da gut geschätzt habe, dann bleibt es bei allen. Hier brauchen sie nicht. Aber gleich werden sie holen. Wir sind ja vielleicht da. Vielleicht machen wir dann noch ein neues Video. Ich tue da mal. Ups. Juma, ich nehme den gleich mit. Reicht es mir. Pech. Wollte ich es nur schaffen. Dann haben wir uns ja richtig Gas jetzt geben. Aber... Der hat aber durchgradert. Gerade hatten wir... ...gelauf Claude. Ne, ne, ne ... ...next mal, ich brauche es mir richtig schnell jetzt. Pff, ich riske es jetzt einfach. Oh, das war doch schon richtig. Oh, ich bin groß. Ja, es ist gleich 18 Uhr, dann habe ich es endlich geschafft. Wenn nix, das habe ich pünktlich geschafft und dann muss ich auch noch da rein fahren. Oh, das war klar. Das war klar. Blöck. Äh, wo ich da hinleutete. Den guten Wagen, den brauche ich aber. Da bin ich denn? Ich liebe es. leute das war es jetzt mit diesem video lasst gleich in einer runde